Negative Propaganda Schauen Sie sich dieses Video gar nicht erst an Humor-Wolles-Hörbuch Geschrieben von Jeronimo Lopez-Soldevilla Jede Ähnlichkeit mit der Realität ist reiner Zufall, jede Ähnlichkeit mit aktuellen Ereignissen, Personen oder Orten, ob lebendig oder nicht, real oder fiktiv, ist reiner Zufall und das Produkt einer fieberhaften Fantasie, die beim Autor Amok läuft Die besten Ergebnisse erzielen Sie mit Kopfhörern, auch wenn dies für den Genuss der Inhalte nicht unbedingt erforderlich ist Hallo, lesen Sie dieses Hörbuch nicht, hören Sie es nicht an, es wird Ihnen nicht gefallen, außerdem sollten Sie es jetzt beenden und anfangen, bessere Dinge zu tun, dafür sind Sie alt genug und vieles mehr Mir fällt zum Beispiel ein, Ihnen zu sagen, dass Sie sich ein anderes Video ansehen sollen, was auch immer es ist, es ist mir egal, aber ein anderes Video, das nicht dieses ist Setzen Sie nicht auf dieses Video, das Sie mögen, es wäre eine Aktion, die Ihre so kostbare Zeit nicht verdient, und träumen Sie nicht einmal davon, das Glöckchen zu läuten Ich sage Ihnen das, weil Sie auf diese Weise vermeiden werden, irgendetwas zu erfahren, das mit diesem Video zu tun hat, und wenn Ihnen an dieser Stelle zufällig einfällt, es zu abonnieren Vergessen Sie es, tun Sie es nicht, abonnieren Sie es nicht, bitte, ich bitte Sie von ganzem Herzen Teilen Sie es mit niemandem, kein Mensch auf der Welt verdient es, einen Gehirnschmerz zu erleiden, der so groß ist wie ein Ball im Ohr Können Sie sich den Spott vorstellen, wenn jemand in der Lage ist, ein Hörbuch mit seinen Freunden zu teilen? Und darüber hinaus ein Hörbuch, das in der Lage ist, die Grenze der Langeweile weit zu überschreiten, um zu einem echten Gräuel zu werden, der der größtmöglichen Verachtung würdig ist, die durch unerträgliche Langeweile verursacht wird In diesem Video geht es nicht um lustige kleine Tiere mit einem standardisierten Lachen im Hintergrund, das niemand mag In diesem Video werden Sie nicht sehen, wie der Autor sagt, dass er als Autor, der aufgrund seiner schlechten akademischen Ausbildung in der normalen Schule kaum lesen oder einigermaßen gut schreiben kann, sehr gut versteht und dass er nur danach strebt, von den YouTube-Zahlungen gut zu leben, indem er versucht, virale Videos hochzuladen, auch wenn er Unsinn redet und in der Hoffnung, ein Publikum wie ihn zu finden, dass es Mark abonniert und an andere wie ihn weitergibt In diesem Video geht es nicht um Politiker, die sich lächerlich machen, indem sie sich wie Kandidaten für politische Ämter in der Wahlzeit verhalten, über sich selbst reden und zeigen, dass sie in der Lage sind, Menschen zu begrüßen und mit ihnen zu sprechen, denen ihr Leben vor der Wahl egal ist, geschweige denn nach der Wahl Es ist auch kein Video, das sich mit einer Sprache befasst, die Vollbeschäftigung, Wirtschaftswachstum, höhere Kaufkraft, die Aufwertung der Arbeit, die Bedeutung von Bildung, Kultur und Legalität im Rahmen der Moral verspricht Und in dem ein Mensch die Hauptrolle spielt, der sich während seiner gesamten beruflichen Laufbahn und durch seine Taten als ein Ignorant voller Vorurteile und somit als ein Inkompetenter erwiesen hat, der sich auf Kosten der Missachtung der kollektiven Moral Durch Betrug und Übertretung der Regeln, die diese Gemeinschaft regieren, Vorteile verschafft hat und von dem aus er weiterhin versucht, mit Privilegien zu leben Und zwar durch eine erfundene Geschichte, in der die Bösewichte diejenigen sind, die seine idyllischen Lügen von einer besseren Welt aufdecken, die nur er kennt und die nur er in der Lage ist, zu verwirklichen Es handelt sich nicht um ein Video, in dem ein hoher Beamter inkognito bei einem Abendessen mit Geschäftsleuten aufgezeichnet wird, die von der Regierung Aufträge erhalten haben Und am nächsten Tag, als seine Stimme in einer Aufzeichnung in allen nationalen Nachrichten erscheint, erklärt der aufgezeichnete Herr mit seiner eigenen Stimme, dass er nie gesagt hat, dass er eine große Summe von Millionen von Dollar benötigt Um die nächsten Wahlen zu gewinnen, er meinte damit, dass die Investitionen so sicher seien wie Wetten auf ein siegreiches Pferd durch Gebote, die in versiegelten Umschlägen abgegeben werden, bei denen man nicht den Kapitalbetrag für die Arbeit oder Dienstleistung, zu der man Zugang haben wollte, sondern einen versiegelten Umschlag mit dem Nettobetrag für den Beitrag zur Kampagne schicken musste Es gibt auch kein später aufgenommenes Video, in dem der Mann das vorherige Video abstreitet und behauptet, der Ton sei bearbeitet worden Und obwohl es ein weiteres Live-Video gibt, in dem der beim Abendessen aufgenommene Mann Aktentaschen voller Geldscheine in die Hand nimmt, streitet er dies ebenfalls ab und behauptet, es handele sich um die Bezahlung von handwerklich hergestelltem Käse, den er legal für den Verzehr der Kunden einiger nicht lizenzierter Casinos verkauft Es handelt sich nicht um ein Video, das eine Gruppe frischgebackener Wirtschaftsabsolventen zeigt, die ihre Ersparnisse und die ihrer Familien auf Anraten ihrer Universitätsprofessoren in Immobilien und Kryptowährungen investiert haben und die nach der Immobilienblase, dem Verfall der Kryptowährungen, der galoppierenden Inflation und den Zinserhöhungsmaßnahmen der Zentralbanken, mit denen sie die Situation einzudämmen versuchten, die Situation schließlich noch verschlimmerten, was die Situation noch verschlimmert hat und dazu geführt hat, dass alle ihre Immobilien weniger wert sind als die Schulden, die sie beim Kauf erworben haben, sodass diese Wirtschaftsstudenten nun vollständig enteignet und zwangsgeräumt werden müssen, denn selbst wenn sie ihre erworbenen Besitztümer und die ihrer Verwandten, die als Bürgen fungiert haben, verkaufen, haben sie noch Schulden Es handelt sich auch nicht um ein Video, in dem ein Visionär erklärt, wie man sich aus der Krise der Studenten der Wirtschaftswissenschaften befreien kann, und zwar mit Hilfe von Zauberformeln, Zaubertränken und Sprüchen, die er selbst erprobt hat. Dabei geht es um die Fälschung öffentlicher und privater Dokumente, um schuldenlos zu werden, indem er sie zum Teil an die Liebhaber seiner Frau und zum Teil an die Ehemänner seiner Liebhaber weitergibt, wobei er auch Dritte in diese Machenschaften einbezieht, wie Schwager, Schwägerin und Cousin zweiten Grades. Dies ist kein Video eines Visionärs, der dem vorherigen Visionär antwortet, dass er weniger arbeitet als ein einbeiniger Taubstummer-Spion, während er sich von der Rente seiner Eltern finanziert, von denen er Möbel und Haushaltsgeräte stiehlt, um sie über eine Vereinigung behinderter Kinder zu verkaufen, die sie zum Betteln und zum Putzen von Windschutzscheiben an Ampeln vermieten. Es ist kein Video, das versucht, jemanden davon zu überzeugen, dass es möglich und wichtiger ist, einen Freund in einer politischen Partei zu haben als einen festen Arbeitsplatz, weil man durch den Freund in der politischen Partei etwas Besseres als einen Arbeitsplatz bekommen kann, nämlich Reichtum, Wohlstand, Chancen und ein besseres Leben während des ganzen Lebens, wenn auch mit dem Risiko, alles auf eine Karte zu setzen, ohne im Video zu sagen, dass die Absicht ist, auf diese Karte zu setzen, ungeachtet der Konsequenzen. Nur damit Sie es wissen, nachdem Sie dieses Video gesehen hatten, meldete eine renommierte Universität, die ihren Namen nicht nennen wollte, weil es ihr peinlich wäre, zuzugeben, dass sie das gesamte Video zu Forschungszwecken gesehen hatte, das gesamte Forschungsteam mit Anzeichen schwerer Depressionen in eine psychiatrische Einrichtung ein. Studien an einer anderen Universität, die von vier ausgewiesenen Studenten durchgeführt wurden, weil sie im Alter von 50 Jahren und ohne Abschluss nicht weiter auf Kosten der öffentlichen Hand forschen dürften, sowie die Cafeteria, die Finanzen und den aktuellen Bildungsplan verwalten mussten. Sie haben gezeigt, dass das Anschauen dieses Videos das Ergebnis einer Gesichtsbehandlung um 300% verbessert, und zwar aufgrund der Grimassen des Ekels und des Unmuts, die durch die Langeweile beim Anhören des Videos entstehen. Neulich traf ich, ohne weiter darauf einzugehen, einen jungen Mann mit unendlich vielen Pickeln und Löchern im Gesicht, der mehr wie ein Kaltstein als ein Gesicht aussah und den alle, die Narbe, nannten. Ohne ein Wort zu sagen, winkte er mir mit der Hand zu, um mir zu signalisieren, dass ich einen Moment warten solle, woraufhin er in die Hocke ging, um nach einem kleinen Sprung schnell wieder aufzustehen, während er eine Reihe von Papieren in der Hand hielt, die er mir über die Hand legte, aber erst, nachdem er durch eine zusätzliche Ungeschicklichkeit über eine Schale Ketchup von einem Hotuck-Stand gestolpert war, in dem ich mich vor der Welt versteckt hatte. Was zur Folge hatte, dass die Narbe die rote Flüssigkeit auf die Papiere in meiner Hand verschüttete. Diese Tatsache wiederum veranlasste ihn, sie sofort, wie in einem Reflex, an die Brust seines Hemdes zu nehmen und sie kräftig zu reiben, um sie schnell zu säubern, sie auszustrecken und sie vor mich zu liegen, begleitet von einem Lächeln, das mir zu sagen versuchte, dass ich mir keine Sorgen machen solle, dass alles in Ordnung sei, dass es absolut nichts gäbe, worüber man sich Sorgen machen müsse, sondern dass ich diese Papiere unterschreiben solle, die mich für alles verantwortlich machten, was ihm passieren könnte, weil er sich dieses Video in Form eines Hörbuchs angehört hatte. In meinem Eifer zu prüfen, ob ich Probleme mit Herrn Zikatriz haben würde, zeigte ich das Video einem Freund, und ohne ein Wort zu sagen, schlug er mir meinen Computer auf den Kopf und nutzte die Tatsache, dass ich durch den gewaltigen Schlag bewusstlos war, aus, um all meine Ersparnisse zu stehlen, und ich musste ihn trotzdem um Vergebung bitten. Da ich mit der Reaktion meines Freundes nicht zufrieden war, beschloss ich, dieses Video meiner lieben Frau zu zeigen, aber diesmal auf einem großen Fernseher, den ich nach der Unterschlagung durch meinen Freund kaufen musste. In Folge dieser Aktion zeigte mich meine Frau direkt bei den zuständigen Behörden im Familienbereich an, wo ich schließlich in einem Prozess gegen mich schuldig gesprochen wurde, als sie dieses Video als Beweismittel vorlegte, und in dessen Urteil festgelegt wurde, dass ich verpflichtet sei, ihr ein monatliches Gehalt zu zahlen, das meine liebe Frau schließlich für Online-Glücksspiele und den Kauf eines 50-Kilo-Hundes verwenden würde. Das hatte zur Folge, dass ich auch für den Unterhalt des Hundes aufkommen musste, ihr rückwirkend die Renten zurückzahlen musste, weil sie einen Teil ihres Lebens mit mir geteilt hatte, für ihre Kreditkartenschulden und die ihres neuen Liebhabers aufkommen musste und auch für ihren wohlverdienten dreimonatigen Urlaub in einem exklusiven Urlaubsort aufkommen musste. Ich ziehe es vor, nichts über das Haus und den Besitz meiner Familie zu sagen, da sie diese als Entschädigung für den psychologischen Schaden behalten hat. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist eine Anzeige, damit sie aufhören, sich dieses Video anzusehen. Eine Anzeige, in der gesagt wird, dass das, was sie anpreisen, falsch ist, und dass sie erkennen, dass sie sie täuschen wollen, denn das Wichtigste für dieses Unternehmen sind sie selbst, und deshalb müssen sie Werbung machen, um zu versuchen, etwas zu verkaufen, weil sie nicht erkannt haben, dass sie das Wichtigste, nämlich den Kunden, beiseite gelassen haben. An dieser Stelle fehlt nur noch der Teil, in dem erzählt wird, wie das Hörbuch mit Bildern gemacht wurde, die vorgeben, lustig zu sein, es aber nicht sind, und die nur als Füllmaterial dienen, um den Zuschauer länger vor dem Video zu halten, damit er mehr Stunden abspielen kann. Wenn Ihnen also in den Sinn kommt, dieses Hörbuch zu belohnen, lassen Sie es bleiben, denn hier wird nichts gelehrt, dies ist kein von einem Friseur erstelltes Mechanik-Tutorial. Es ist kein Video darüber, wie man in 5 Minuten von Grund auf und ohne Computer programmieren lernt. Es handelt sich nicht um ein Video, das Ihnen unter die Nase reibt, wie Sie kostenlos in einem Restaurant essen können, in dem es damit droht, ein Influencer zu sein, der negative Propaganda betreibt. Es ist kein Video, das Ihnen beibringt, wie Sie Ihre Freunde, die Sie ignorieren, weil Ihre Kommunikation auf Ihren Handys wichtiger ist als Ihre eigene Anwesenheit, die Sie verachten, indem Sie sie ignorieren, zu Werten erziehen können. Es handelt sich nicht um ein Fake-News-Video, das vorsätzlich von Trollen mit Bildern und Texten lanciert wurde, die versuchen, Ihnen eine Vorstellung von der Realität zu vermitteln, die den Interessen einer Gruppe entspricht, so dass Sie es teilen, weil Sie glauben, dass es Sie vor virtuellen Freunden interessant macht, die nicht in der Lage sind, mit körperlicher Aktivität zu kommunizieren, die unmöglich zu erziehen sind, die einen minimalen IQ und ein flaches Enzephalogramm haben. Und die mit Smiles-Antworten, weil Sie nicht einmal der Meinung sind, dass Sie die Mühe verdienen, Ihnen mit allen Buchstaben zu schreiben, sei kein Idiot. Es ist kein Video eines Idioten, der dafür bezahlt wird, ein Idiot zu sein, mit einer idiotischen Unterhaltung, die er mit seinen idiotischen Anhängern führt und die zeigt, dass jeder, der einem Idioten folgt, auch ein Idiot ist, aus dem gleichen Grund, dass mehr für mehr gleich mehr ist. Und zum Abschluss dieses Video ist nicht die typische, die Ihnen sagt, wenn Sie das Video mochte, geben Sie mir ein Wie, vergessen Sie nicht zu abonnieren und drücken Sie die kleine Glocke, um Informationen aus dem Kanal zu erhalten und vor allem zu teilen. Wenn Ihnen die Erzählung gefallen hat, besuchen Sie meinen Kanal, wo Sie eine große Auswahl an Inhalten finden und wo ich weitere kurze humorvolle Hörbücher hochladen werde. Das Ende Dramatis 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 Vielen Dank.